Im Organisationskomitee recht herzlich danken für die Organisation und dass wir hier alle zusammengekommen sind. Als ich heute Morgen die Bilder gesehen habe, habe ich mich natürlich daran erinnert, dass ich so als 7-Jähriger, vielleicht auch 8, das weiss ich nicht mehr so genau, von Friedhut geholt worden bin in Rüspür. Wir sind mit dem Vespa nach Platten gefahren und das waren meine ersten 14 Tage Feier, kurz von daheim in der Platte. Und ich erinnere mich natürlich noch wahnsinnig gut an die wunderbare Köchin, die sie gesehen hat. Der Friedhut ging oben noch Pilz sammeln und sie hat nachher das Pilzgericht gemacht, das mir wahnsinnig geschmeckt hat. Da habe ich das Gefühl gehabt, ich führe doch auch ein bisschen zu dieser Platte und nicht nur ihr. Und darum ist es wunderbar, dass wir ein bisschen breiter sind und dass wir hier auch miteinander zusammenkommen sind. Also nochmal recht herzlichen Dank. Ihr werdet ja noch reichen, ich habe das fast nicht beklemmt. Wir haben am 24. September ein Aktiv. Wir müssen wissen, dass unsere Väter die AHV gegründet haben und dazu gestimmt haben. Und sie haben am 31. Januar 1948 die erste Rente bekommen mit 40 Franken. Heute ist die Rente 2300 und jetzt geht es darum, dass wir sie sichern. Und deshalb müssen wir zu dieser AHV stehen. Das wichtigste Sozialwerk der Schweiz, das unsere Väter wirklich dafür verantwortlich sind. Also, danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank.